Das könnte auch wirklich sein. Aber die Frage ist eigentlich, dass wir jedes Mal, wenn ich das Ding anstecken, sieht man eigentlich das Ding. Und das könnte auch, das könnte auch wirklich sein. Dann haben wir da irgendwo vielleicht einen... Kameraleid? Hey, Kameraleid? Hallo alles. Ja, genau so, warte mal. Gut, klug. Aber die hängt ja hier nur... Ja, das ist gut. Ja, wir wollen da hinten machen, das ist wie auch so. Das? Mach mal. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020